Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Sibbersen. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Sailfish und ich stelle euch heute die nagelneue Sailfish Wetsuit Kollektion vor. Das ist unser neuer Sailfish Attack. Für wen unter euch ist dieser Anzug geeignet? Ja, wir nennen ihn unseren Allrounder und genau das ist auch damit gemeint. Wenn ihr also neu beim Triathlon seid oder schon eure ersten Distanzen absolviert habt und vielleicht mal mit der Mitteldistanz liebäugelt, aber wirklich eine sogenannte Allzweckwaffe braucht, dann ist der Attack genau der richtige Anzug für euch. Der Attack hat ein super faires Preis-Leistungs-Verhältnis und hat schon einige Features von den Top-Anzügen in ihm verbaut. Ein sehr langlebiges Neopren, also ihr werdet lange Spaß haben mit dem Attack. Gleichzeitig haben wir schon den neuen einlagigen Kragen verbaut, der wirklich sehr sehr angenehm für die Haut ist. Zero-Resistance-Panel unter den Achseln und für die Schultern für maximale Flexibilität im Schulter- und Armbereich. Und dann haben wir natürlich auch das Seitenstabilitäts-Panel verbaut, damit die Schlingerbewegungen in der Hüfte möglichst reduziert werden. Also ihr seht, bei dem Anzug ist schon wirklich sehr sehr viel Know-How drin, sehr sehr viel dran, was teilweise auch bei den Top-Anzügen dabei ist, aber der absolute Allrounder und wirklich eine Allzweckwaffe für den Triathlon-Sport. Wenn ihr also einen Anzug sucht, der wirklich super ausgeglichen ist, in seinen Performance-Eigenschaften, faires Preis-Leistungsverhältnis haben soll, dann ist der Selfish Attack der perfekte Anzug für euch.